Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video und zwar werden wir uns heute Terra Luna bzw. Luna Classic etwas genauer angucken. Würde mich mal interessieren, ob ihr da noch mittlerweile noch investiert drinnen seid oder ob ihr mittlerweile gesagt habt, okay ist ein riesen Scamcoin, ist sowieso nichts mehr zu gebrauchen, dann schreibt es gerne unten mal in die Kommentare. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt mal anschauen, ist möglicherweise schon Boden erreicht, geht es möglicherweise noch tiefer? All das werden wir uns jetzt anschauen, doch bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinposten, damit ihr keine Trades mehr oder sonstiges mehr verpasst. Und damit genug Eigenwerbung gemacht, wir fangen jetzt direkt an und zwar momentan traden wir bei ungefähr 0,00015 US Dollar Cent bei Luna Classic, also LUNC. Okay, wir haben unseren Downtrend verlassen, wir befinden uns jetzt hier auf dem 4-Stunden-Timeframe, das sehen wir ganz gut, okay wir haben von unserem All-Time-High hier oben den kompletten Downtrend bis hier runter fortgesetzt, sind jetzt ausgebrochen am 27. Dezember, also über die Weihnachtsfeiertage sind wir ausgebrochen, hatten auch einen perfekten Retest auf dieser Trendlinie und haben jetzt versucht hier ein bisschen wieder nach oben hin zu pumpen. Was mich hier an diesem ganzen Pump jedoch ein bisschen stört, ist das Volumen und zwar gehen wir jetzt hier mal ein bisschen näher ran oder zoomen ein bisschen näher rein, da seht ihr auf dem 4-Stunden-Chart, okay wir haben hier oben schönes Volumen reinbekommen bis ungefähr 0,18, ich verkürze das jetzt einfach mal mit 0,18, damit ihr wisst, wo wir ungefähr stehen und danach kam wieder ein Abverkauf mit dem Retest und jetzt versuchen wir so langsam wieder in so einen kleinen Abtrend reinzukommen. Doch das Problem an dieser ganzen Sache ist, wir haben kein Volumen da drin, deswegen momentan sieht es ehrlich gesagt nicht wirklich gut aus für Luna Classic, was ich mir aber ehrlich gesagt noch wünschen würde, wäre einfach, dass wir uns dieses Volumen hier oben eben nochmal holen, wir klicken mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe, damit ihr das ein bisschen besser seht und da seht ihr diesen krassen Volumen-Pick, den wir hier oben bekommen haben, das ist unser Hoch und ich glaube auch, dass wir uns das früher oder später jetzt nochmal holen werden, um die Liquidität, die einfach da drüber ist, nochmal abzugrasen. Und das wäre auch für mich momentan zumindest eher so ein Short-Indikator, klar, wenn wir jetzt von unserem riesigen Falling-Redge oder Downtrend, was wir jetzt davon ausgehen, das Preis zu nehmen, werben wir wieder auf All-Time-High-Niveau und danach sieht es momentan bei Luna Classic überhaupt nicht aus, deswegen würde ich davon momentan zumindest die Finger erst einmal davon sein lassen, trotzdem, man muss dazu sagen, ich bin minimal in Luna Classic investiert, warum? Einfach um ein bisschen Spaß zu haben mit dem Ding. Also im Endeffekt, es ist keine langfristige Investition, es ist wirklich eher so, okay, man kauft und dann verkauft man wieder, aber ich habe mir so gedacht, okay, wo wir dann hier unten so ein bisschen konsolidiert sind aufgrund Bullish-Divergence und sonstiges, bin ich dann einfach mal reingegangen und das Downtrends hat sich ausgezahlt. Aber gut, ich hoddle das Ding jetzt erstmal noch ein bisschen, eventuell werde ich dann hier oben, sollten wir dieses Hoch hier oben bei den 0.18 eben nochmal rausnehmen, werde ich wahrscheinlich den ganzen Mist wieder verkaufen und auf neue Einstiege warten. Aber hier oben die Liquidität wäre jetzt momentan zumindest das erste Ziel, dass wir uns die hier oben abgreifen. Wir gehen hier hoch mit einem Close am besten dann wieder darunter und dann die nächste Korrekturwelle einläuten, denn, und jetzt gehen wir in die großen Timeframes und die sind meines Erachtens deutlich, deutlich wichtiger. Wir blicken auf den Daily-Timeframe hier und da seht ihr, okay, wir haben hier noch so ein schönes kleines Gap bzw. Void, Ineffizienz, wie ihr es auch immer nennen möchtet, hier unten vorhanden bei diesem 0.11 und das ist für mich auch eher so ein kleiner potenzieller Boden, das heißt, wir könnten hier mit einem möglichen Fake-Out gerechnet haben. Übrigens, wir sind ja auf dem Log-Chart unterwegs, weil wenn wir jetzt den Log-Chart hier ausmachen, seht ihr, wie das aussieht, sieht absolut beschissen aus. Log-Timeframe gibt uns hier deutlich mehr Anhaltspunkte. Sollten wir jetzt hier dieses Hoch eben rausnehmen und dann hier runtergehen, wäre für mich potenzieller Bodenbereich die 0.11.414, das ist so dieser Bereich, bis dort unten geht die Ineffizienz. Ansonsten brechen wir dann auch diesen Bereich, geht es möglicherweise sogar noch tiefer, hier unten haben wir eine schöne Daily-Demand-Zone, das wäre dann unser endgültiger Punkt bei ungefähr 0.10. Das sind so die Punkte, die ich momentan im Blick behalte, die für mich auch für einen potenziellen Boden sprechen würde, weil ich glaube nicht, dass wir hier nochmal auf dieses All-Time-Low-Novum hier unten hingehen. Ihr seht diesen Wig, den wir hier hatten, hat sehr, sehr wenig Volumen. Das Einzige, wo dann eben hier noch ein bisschen Volumen reinkam, ist dann eben hier diese ganze Konsolidierungsphase. Also die würde perfekt hier mit unserer Daily-Demand-Zone, danach diese Konsolidierungsphase, die wir hier schon mal angewickt haben, wo wir jetzt natürlich dann auch unser Breakout daraus hatten, durch dieses ganze Volumen, was dort gefischt wurde, haben wir das Breakout nach oben hin geschafft. Aber seit wir eben dieses Breakout hatten und das ist eben so ein Punkt, den wir nicht sehen möchten beim Breakout, ist das Volumen fallend. Und der Kurs bewegt sich kaum, wir steigen zwar minimal, aber das Volumen ist nachlassen und das willst du in einem Abtrend nicht sehen. Deswegen Aussichten kurzfristig nicht wirklich gut, also zumindest nochmal, wir könnten nochmal einen kleinen Pump sehen, was wäre das prozentual, wären es nochmal 18%. Ist zwar relativ viel, wenn wir das im Gegensatz zu Bitcoin und sowas sehen, längerfristig aber ganz ehrlich nochmal deutliche Korrekturbewegung, mindestens um 30% vom jetzigen Level aus, wenn nicht sogar 36% in die Daily-Demand-Zone. Das sind so momentan die Level, die ich auf jeden Fall im Blick behalten würde. Ansonsten müssen wir mal gucken, längerfristig, wie sich das Projekt überhaupt noch hält und sowas. Klar, wir haben immer mehr Hype-Phasen, es gibt wieder neue News, dann gibt es wieder negative News. Ich würde hier auf jeden Fall nicht meine Ersparnisse reinsetzen, also nur nochmal ganz dringliche Warnung. Ich mache das Video hier nur, um mögliche Short-Trades nochmal ein bisschen zu erläutern, mögliche Nachkaufbereiche oder Entry-Zones für längerfristige Positionen. Aber ich werde hier nicht mein komplettes HODL-Ding oder sonst was reinstecken, wie manch andere. Es ist nur eine kleine Analyse, sage ich jetzt einfach mal, für die nächsten Wochen, wie es weitergehen kann. Wir können uns auf jeden Fall hier in dem Bereich der 0,18 nochmal kurz festsetzen. Würde dann auch bedeuten, Liquidität abgreifen, dann wieder ein bisschen drunter schließen, wäre zumindest wichtig. Und dann die Korrekturwelle mit eben den nächsten 30, 40% möglicherweise. Downside nach unten, um die Daily-Demand-Zone zu erreichen. Und von hier aus könnten wir dann wirklich den Boden gesehen haben, mit einem schönen doppelten Boden da möglicherweise und dann die Reise zumindest mal nach oben hin fortsetzen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen ultra-bullish wären, könnten wir sagen, okay, war halt ein Fake-Out aus unserem Falling-Vedge. Wir brechen dann wieder in dieses Falling-Vedge rein und versuchen uns dann hier zu stabilisieren. Dann können wir irgendwann vielleicht mal wieder hier von einem All-Time-High reden. Aber gut, ich bin kein Lunar Classic-Fan, ich bin nur Chart-Analyst, ich habe keine Ahnung von dem Projekt im Endeffekt. Aber gut, zum Zocken ist es gut genug. Würde mich gerne mal eure Meinung interessieren. Tradet ihr es aktiv, hodelt ihr es aktiv. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr generell so von Lunar Classic und dem ganzen Ding hier haltet. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Altcoin-Video wieder. Und wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Wünsche möchtet, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Dann werden wir uns sie die nächsten Tage immer wieder angucken. Gut, das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Abo da lassen, in die Talk- und Signalgruppe reinkommen. Das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und stay crypto.